Hey Leute, willkommen bei SORTES TV und in der heutigen Ausgabe machen wir mal wieder was zu essen. Ich weiß, ihr habt da Bock drauf und heute gibt es einen Klassiker, zeitlos und Grüße gehen raus an Bud Spencer und Terrence Hill. Ja, eher an Terrence Hill, das ist nämlich der von den beiden, der immer auf die Bohnen bestanden hat. Bud Spencer ist eher der Spaghetti-Typ. Ja, von daher, heute machen wir Bohnen mit Speck. Freut euch drauf. Ja, wir machen Bohnen mit Speck für zwei Leute, die noch mal einen ordentlichen Nachschlag nehmen. Also wir haben zweimal Backbeams und dreimal rote Kidneybohnen. Wir haben hier Knoblauch geschnitten. Wie viel ist das? 3, 10? 4, 5. Zwiebeln? Und Zwiebeln sind ein schönes Pötsch. Richtig, also ihr müsst euch, ich zeige das Bett mal. Und wir haben hier noch ein bisschen Gyros, schön gewürzt mit Zwiebeln. Ja, und das machen wir gleich. Ah ja, und natürlich noch die Eier, die kommen dann später als Spiegeleier dabei. Das ist richtig, richtig krasser, schöner Grill-Bacon. Den schneiden wir jetzt ein bisschen in Scheiben und dann kommt er da auch noch gleich rein. Ja, wie man das Ganze zubereitet, das werdet ihr jetzt gleich sehen. So, das ist richtig fett dabei. Ich mache auch ein paar größere Streifen, dass man ein bisschen was zu kann auch noch ein paar kleinere. Einmal noch ein bisschen random hier. So, dann sieht das schön, schön rustikal. So, und das packe ich jetzt einfach hier zum Gyros, oder? Ja, ordentlich, kann man machen. So, das haben wir jetzt mit dem Gyros, die Zwiebeln, das ist das erste, was wir machen. Und wenn man die fertig haben, ganz am Ende kommt vom Knoblauch, weil sonst verbrennt der. Wenn man den Knoblauch zusammen mit den Zwiebeln machen, dann ist vom Knoblauch nichts mehr übrig. Ja, dann fangen wir noch mal an. Das war erst mal die Bohnen hier reinpacken. Und dann würde ich mal sagen, melde ich mich gleich wieder. Und dann seht ihr, wie es weitergeht. Zu dem Essen haben wir jetzt ja Gyros. Normalerweise könnte man auch Hackfleisch nehmen oder nimmt halt nur Speck, ne, Bauchfleisch oder so und schneidet das schön zurecht. Ja, wir haben jetzt Gyros, also eigentlich ein bisschen verfremdet. Und, was ich immer gerne mache, Erbsen, Möhren da mit rein. Weil dann hast du so eine richtig geniale Süße noch. Aber machen wir diesmal auch nicht. Wir nehmen aber Tomatenmark, dass wir jetzt hier zu den Bohnen packen. Und wenn ihr denkt, boah, ist das viel. Das reicht auch für vier Leute. Könnte für vier Leute reichen, aber wir sind zwei hungrige Boys. Von daher reicht das für zwei heute. Ja, von dem Tomatenmark machen wir einfach mal ein bisschen so die Hälfte oder so rein. Das reicht. Da muss man nicht genau sein. Und dann wird das durchgerührt, was sehr viel keinen Spaß macht. Ja, und dann würde ich mal sagen, ruhig das gleich. Das ist nicht so spannend. Wir haben jetzt alles vorbereitet. Als erstes kommen die Zwiebeln ran. Wir machen das in einem schönen Durchgang. Das alles schön am Ende fertig ist. Bis das man nicht 50 Pötte und sowas braucht. Also, bis gleich am Herd. Heute zeige ich euch das ganz Besonderes. Und zwar diesen Induktionsherd. Kann man sagen, das ist so eine Induktionswockmaschine. 3500 Watt. Richtig gut. Und das geht sehr, sehr, sehr fix. Und das Ding ist heiß. Darum in diesem Video heute einfach mal schön den Wock zeigen. Das hier ist mein selbstgeschnitzt. Ja, was ist da so ein Pfannenwender? Mein Küchenhelm. Stell dir vor, wie die moderne Hausfrau vor 20 Jahren gesagt hat. Der Küchenhelfer. So, jetzt machen wir das Ding ab. Stellen hier unten. Achso, Funktionen erstmal. Genau. Das ist jetzt Stufe 5. Und das Ding wird richtig schnell heiß. Also richtig schnell, ja. Können ja mal die Zeit stoppen. Wie auch immer ich das mache. Ach ja, ich hab ja getrunken. Die Echtzeit wollen wir sehen. Die Echtzeit? Ja. Ja gut, hier. Gucken in die Bohnen. Das ist die Echtzeit. Zeig gleich nochmal, wenn es heißt. Ja und dann. Oh ja. Blubbert schon. Das Ding ist so schnell, ich muss erstmal wieder runter machen. Ich mach den auf Stufe 3. Den Wock könnt ihr auch zum Glühen bringen. Das ist für manche asiatischen Gerichte ist das ja von Vorteil. Weil die ist ja eigentlich über Feuer machen. Und dann glüht der Wock natürlich. Für spezielle Speisen. Aber ich hab jetzt keine Lust darüber zu reden, welche Speisen. Da kommt er selbst drauf. Ja, dann mach ich jetzt auf jeden Fall nebenbei mit einer Standardpfanne mach ich jetzt einmal die Zwiebeln. Die kommen da gleich rein. Ich hätte eigentlich die Zwiebeln da drin machen sollen. Keine Ahnung, warum ich das nicht getan habe. Und danach die Bohnen einfach rein. Ihr zu Hause wisst jetzt Bescheid, ne? Alles in einen Posch. Ja, ja, ich sag's ja noch. Die Zwiebeln, das ist das erste, was wir machen. Als erstes kommen die Zwiebeln ran. Wir machen das in einem schönen Durchgang, dass alles schön am Ende fennig ist, dass man nicht 50 Pötte und sowas braucht. Egal, die zweite Pfanne brauch ich ja eh für Spiegelein. Gute Öl. Das gute alte Öl. Ist jetzt kein besonderes Öl, ne? Das Besondere habe ich hier im Schrank. Das ist viel zu wertvoll, ne? Oh, guck mal her, das ist schon fertig hier. Ich muss auf eins gehen. Das ist schon so am Blumen. Heftig. Ja, so könnt ihr euch ganz schnell die 5 Minuten Terrine machen, ne, Leute? Alter Heiliger. Das ist ordentlich. Darum, das geht richtig ab, das Teil. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Ja, und das Fleisch werde ich dann auch noch gleich da braten, weil ich total dämlich bin. Ich wollte das eigentlich alles hier machen. Habe ich gut gemacht, ne? Aber ist ja egal. Jetzt machen wir das hier, das dauert 5 Stunden. So. Wir können ja schon mal in Ruhe durchziehen. Ich kann jetzt nämlich auch gleich würzen. Ja, warum eigentlich nicht? Es klappt alles am Schnürchen hier. So, hier haben wir Gewürze. Und wir haben schwarzen Pfeffer, wir haben Kurkura, wir haben Koriander, wir haben Paprika, Rosen scharf und wir haben noch flüssiges Chili. Das Zeug muss ja brennen hier, da muss alles rein hier. So, die meisten von euch mögen natürlich kein Chili, weil ihr alles weiche seid, aber ich habe da Bock drauf. Und darum gibt es auch noch Paprika, Rosen scharf. Erstmal ein Liter. Ein Liter? Ja, reicht, 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 ja. Koriander. Da muss richtig was rein hier. Kurkuma. Das ist super. Ist gut angeblich gegen Krebs. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendeine Esoterik, wenn man mal gesagt hat, oder ob es wirklich ist, schmeckt auf jeden Fall. Und schwarzen Pfeffer. Da kann man ruhig mehr arbeiten. So, jetzt wieder das Ganze umgerührt. Mittelalter Musik. Ja, das wäre schön, aber dann kriege ich einen Strike hier. Einen Strike. Gibt es wieder Ärger. Leute, Kameramann Empfehlung, macht euch Mittelalter Musik an, während das Video läuft. Ich kann die auch im Hintergrund laufen lassen. Aber Royalty Free, weißt du, wo es keinen Strike für gibt. Mach einen Blick auf die Typen. Das ist doch mal mein Service. Zum Glück haben wir den Bock. Ich habe alles falsch gemacht. Ich wollte alles klein in diesem Bock machen. Und was mache ich? Ich gebe da die Bohnen rein. Seht ihr die Emotionen des Passionskochs? Passionierter Koch. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen warten, bis die Zwiebeln erstmal soweit sind, weil ich ja so schlau bin und die jetzt in der Pfanne mache. Wenn die fällig sind, dann kommen die da rein. Ja gut, ich werde natürlich im Kuro dann auch gleich zupacken. Also heute läuft auf jeden Fall alles nach Plan. Das ist schon mal mit mir. Ja, jetzt kommen so langen Knoblauchzehen da mit rein, die geschnittenen. Wir warten noch, dass sie ein bisschen mehr Farbe kriegt. Und dann ist das schon so gut wie fertig. Das sieht doch lecker aus, oder? Das sieht doch richtig gut aus. So was schön verteilen hier. Damit die alle gleichzeitig brauchen werden. Ich muss gerade über was vollständiges nachdenken. So ein Duo, Duo und Drachenlord im Kochvideo. Ich? Mit dem? Ja, ja bitte ey, das wäre so schön. Das wäre so schön. Ihr würdet richtig gut zusammenpassen. Natürlich. Jetzt machen wir den Knoblauch da rein. Ihr seht ja, wie das jetzt aussieht von der Farbe her. Aber dann ist es gleich fertig. Wie gesagt, Knoblauch nicht zu lange, sonst schmeckt er nach gar nichts mehr. Dann ist er einfach nur noch tot. Das sieht richtig gut aus, ey. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Hier mal ein bisschen umrühren. So meine Freunde, jetzt kommt das da an. Na, ich will da mit dem Ding nicht so rumkratzen. Nimm noch den Küchenfreund. Der ist voll mit Soße. Ich mag das gar nicht mit einer Gabel oder so. Ich meine, die ist zwar dafür geeignet, aber ich mag es trotzdem irgendwie nicht. Es kommt mir falsch vor. Der Herr hat es noch an. Ja, ich weiß. Da kommt jetzt Fleisch rein. Wie gesagt, ich wollte das eigentlich alles da machen. Aber, ich sag's mal nicht. Das Fleisch wird natürlich schrumpfen, dass du kleiner hast, wird weniger. Und dann wird das natürlich für die Menge passen. So, das hier schön erstmal rein. Das riecht dir das auch, Freunde. Und hier erwartet uns gleich noch eine kleine Überraschung. Lecker, lecker. Aber nur bei einer Million Abonnenten. Ah, das ist Blödsinn mit der Pfanne. Das kann man nicht so gut schwenken. Das rausschneiden, die Stellen muss ich schaffe. Ja, mache ich. Ich will ja der King für alle sein. Ich muss immer Vorbild sein. Meine Zuschauer wissen das. Kein Fehler. Bei mir gibt's keinen Fehler. Frau Spencer, der hat mal gesagt, und er hat auch sein Buch geschrieben, was so heißt. Ich esse also bin ich. So, mal gucken, ob das jetzt noch geht. Ich mach zu viel Dreck, wenn ich das. Nein, nein, nein. Ey, jeden Koch fällt Reis raus. Ja, das ist normal. Aber beim Fleisch ist das nicht so lustig. Wenn die Teile dann daraus knüppeln. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, dass das Fleisch zu weit ist. Dann haben wir alles verwertet bisher. Dann kommt noch mal eine kleine Finesse. Eine kleine Finesse am Ende. Das wird richtig lecker. Und das ist ein toller Tipp. Das Fleisch ist fertig. Je nachdem, wie lange man das gebraten haben möchte, gibt es ja unterschiedliche Geschmäcker. So, das sieht richtig gut aus. Falls ihr euch fragt, womit das gewürzt ist, das ist Paprika, das ist Kümmel, was weiß ich. Also, ne, einfach so eine Mischung. Und wir würzen, das kann ja jeder würzen, wie ihr das möchtet. Und jetzt wird das mit Metaxa abgelöscht. So, schön Metaxa da rein. Könnt ihr natürlich auch gerne weglassen. Oh mein Gott, riecht. Riecht, bitte riecht, mein Bruder, jetzt riecht. Riecht einfach. Riecht. Was sagst du? Ja, und das kommt jetzt da mit rein. Das müsst ihr euch mal angucken. Wie lecker das aussieht, ne? Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt natürlich weit, weit, weit weg von Wellness. Weit weg von vegetarischen, wie heißen die nochmal? Influenza-Rezepten. Das ist einfach was für einsame Wölfe und Wölfchen in der Wildbahn draußen. Können Sie ändern? Ja, wieso? Ich habe auch Wölfchen als Zuschauer. So, jetzt kommt da die schöne Soja-Sose. Guckt euch das mal an, als ob das Zeug blutet. Und nochmal verrühren. Und dann wird gleich abgeschmeckt. Abgeschmatzt? Abgeschmapft. Abschmapfen. Abschmack. Ich habe mir gedacht, vielleicht wissen ja manche da draußen, wie man Spieleier macht. Ach, kommt schon. Pfanne heiß machen. Ein bisschen runter wieder. Das ist richtig gut, Mann. Das ist richtig gut, Mann. Das ist wie man Spiegeleier macht. das ist also das ist ein juwel im videomaterial in einer altzelle ich verstehe immer mehr jetzt seitdem ich hier aufnehme bin ich 10.000 jahre schlauer geworden es ist sehr philosophisch das kochen wenn man sich denn mal die zeit nimmt und sich keine fix fertiggerichte irgendwo holt dann kann man sehr viel spaß in der küche erleben fertig das essen da habe ich mir gespannt was du sagst sei ehrlich jetzt probier eine bohne eine bohne schmeckt hier sogar dann wisst ihr mal was euch entgeht ist auch schön freundes da fehlt was was fehlt hier von einem ersten möhren sind diesmal raus das ist ja immer so dass es ein bisschen fruchtig und süßlich noch er zu hören aber sonst denken gehen warum schnitzel also leute fleißig nachkochen rezept anpassen und pfeffer und salz das machen wir nachkochen einfach mal oder ein anderes rezept und einfach mal auf dem discord posten noch ihr so gekocht und dann selbst video jetzt habe ich ganz vergessen muss ich ja noch probieren muss ich muss auch meine meinung sagen was ziemlich heiß gerade es ist ein schönes bild perfekter look zum perfekten rezept man das ist lecker das ist richtig schön weich im geschmack kann man auch immer noch ein bisschen schärfer machen gar kein problem mit pfeffer finde ich das ordentlich aber ich hätte es gerne noch richtig schön scharf so richtig dass man schnitt kann ich noch ein bisschen curry habe ich einen kleinen schuss arscher kannst du selber mischen mit kurkuma und so ein zeug na ja also schmeckt wirklich gut dann würde ich mal sagen müsst ihr uns jetzt nicht beim essen zu gucken wie gesagt einfach nachkochen eigene rezepte daraus kreieren kannst du alles reinpacken was du willst aber das ist jetzt so ganz ganz klassisch nicht mit dem gehörer ist aber schon fast klasse also macht's gut so dass jetzt hier ist die outtakes sowas die was die blut was man die blut was die blut was wo wir noch ein easter egg versteckt mit easter egg ja wir müssen das im hintergrund platzieren und leute sagen hast du das gesehen alter interessiert das interessiert niemand so nicht dieses ist noch nicht doch ist so schön so wunderschönes fressen was ist mit der tomaten mag ja gleich nicht vergessen ok 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 finde ich gut jetzt lassen sich bitte nicht vergisst man lass ich habe ich habe echt so zu diesem gericht natürlich 12 ich schwörs ins maul ich bin der kameramann nicht ich muss die regeln richtiger pinkie 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 blinder sich die blinder ein richtiger piki blinder guckt ihn euch an er hat die rasierklinge erwartet doch man geht gleich durch eine rasierklinge auf so ist das anfang ich mach doch nichts ich hasse dich ok wirst du nicht ja stimmt das ist eigentlich ganz alt aufnimmt man muss geschneidest voll viel raus ja du wirst ja ein bisschen wir lachen vielleicht auch ja genau du lachst du ein bisschen ein arsch ab oder so genau denkt mich ja du nicht mehr da bist dann bin ich noch traurig wenn ich das mir angeguckt komm schon vermisse ich dich ja denkst du nicht alter als sitze an der prär hier natürlich sag ich dann noch nö das hat mir viel spaß gemacht das kochen so ist aber auch schön war es so dann sieht man deine füße und deine hose noch so jetzt hier es geht los crazy kriegt sich die fucking linse was was geht denn bei der linse oder bin ich heimmann das ist keine ahnung alter was ist das der autofokus ist ja voll gut was das ist einfach was für einsame wölfe und wölfe in der wildbahn können sondern ja wieso ich habe auch wölfe zuschauer ja ich habe ja nicht gesagt wölf innen ja in diesem haushalt nicht das gibt es ja nicht das gibt es ja nicht nicht in meinem haus so wohnung das ist also das ist ein juwel im video macht der das ist wirklich das lebens essenz abgefüllt das ist lebens essenz ja lebens essenz ja lebens ständige dinge dieser erde das ist gott das ist gott wahre worte und ein anderer gott wird diesen gott verspeisen ja sozusagen ist gott ein kann ich war denn wir alle sind gott das ist gott warum müssen wir überhaupt essen damit zu leiden sauerstoff reist damit wir leiden der die menschheit uns leiden um gereinigt zu werden meine kinder hört meinen worten zu wir müssen läuterung erfahren demut lernen korruption erfahren was auch gut von den schlechten reinheit das reinigt uns reinigung ist das wort und das alles sehe ich hier die ganze weltgeschichte demütigung qualen freuden mut mut tapferkeit ja auch das mut einfach mal ein anderes gewürz beziehungsfähigkeit kooperation guck mal nicht alle bohnen haben eine bohne neben sich liegen und es gibt dunkle und helle bohnen versteht ihr das und ich jetzt ist nur die große frage war uns daher was ist das das da das ist die manifestation der schlimmen und schlechten sachen im leben das ist das was falsch läuft ja das leben das entstehende leben ich verstehe und wir haben dem kommt nimmt es teil es wird es wird daran gehindert zu entstehen ja trotzdem wir fressen es kommt es daran wir fressen ich Untertitelung des ZDF, 2020